. Grüezi miteinander. Ja, heute Abend, gell? Ein Höhepunkt jagt den anderen. Am 5 von 8 gibt es die beliebte Quizshow Top Secret. Oder wie man auf Deutsch sagt, Angstschweiss. Am 5 von 9 geht es in der Rundschau unter anderem um Exorzismus in der Schweiz. Gut, wer das Thema in einem Politmagazin sucht hat. Aber noch. Am 5 von 11 dann den Kulturplatz mit Eva Wannenmacher. Bei ihr geht es ums Zögeln. Also Zögeln. Ja, das sagt man bei uns so. Zögeln. Also auf Hochdeutsch Zögeln. In dem. Am 5 von 11 der Doktor Affäre Konradi. Ein bündner Antikommunist-Verschiess. Ein russischer Diplomat. Und wird freigesprochen. Eine super Geschichte. So könnte man doch eigentlich einen Tatort draus machen. Ja, hätte wenigstens einmal noch ein Lipp. Pfupf. Hehehe. Hö he he. Totisch! Ach he he! Die Hand. Na hugh! Ach he. Ich binlais. Ich bin taus. Yandere shapedesschiff. Währende sie am wonder aparelten tiefen ICH. Ich hab' anschau.